Zuletzt bei Super Mario Galaxy. In der Glasstrand-Galaxie wartete noch ein letzter Stern auf uns. Um an diesen heranzukommen, mussten wir wieder schwimmen. Grausam, ich weiß. Aber zum Glück ging es nicht so lange. Der zweite Teil des Levels bestand daraus, ein Parcours aus Twomps und großen Steinwürfeln zu überwinden. Nach dieser ganzen Schwimmerei hofften wir auf ein bisschen Abwechslung in der Tränengalaxie, die durch den GOMILUMA freigeschaltet wurde. Jedoch auch hier mussten wir wieder schwimmen. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Zum Schluss ging es noch in ein Geisterhaus in der Phantom-Galaxie, in der wir, welche Ironie auch, Luigi vor Geistern retten mussten. Um das jedoch zu schaffen, mussten wir selbst zum Geist werden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Galaxy. Ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo wir in der letzten Folge stehen geblieben sind. Glasstrand-Galaxie haben wir abgeschlossen. Testblase auch. Hier fehlt uns noch der Komet. Ah, die Phantom-Galaxie. Da waren wir. Ist schon ein bisschen länger her, als ich die letzte Folge aufgenommen habe. Weil, wer es vielleicht gemerkt hat, letzte Woche ist die Folge ausgefallen, weil ich es einfach nicht zeitlich geschafft habe. Deswegen nehme ich jetzt auch sofort zwei Folgen am Stück auf. Da Dienstag als auch Donnerstag? Ah, ich weiß es nicht genau. Ich muss in meinen Uploadplan gucken. Auf jeden Fall kommen zwei Folgen recht schnell hintereinander. Und ist halt gerade allgemein recht viel los auf dem Kanal. Wenn man sich mal so das... Wenn man sich allgemein gerade mal so ein bisschen alles anguckt. Hier geht es weiter. Ist das ein Secret Star oder muss ich hier weiter? Boah, das sieht cool aus. Das wird mein Pharma... Das sieht mir sehr nach Secret Star aus. Du bleibst da stehen. Wir sehen uns gleich wieder. Müsste der hier nicht mal losgehen? Okay, doch nicht. Ah, jetzt. Ernsthaft? Ah! Du bleibst da, Junge. Nein! Wieso bin ich denn... Ah! Ich kann mich daran erinnern, in Galaxy 2, das blende ich euch mal kurz ein, gab es sowas ähnliches mit einem Leucht-Yoshi. Ich weiß nicht, wer von euch Galaxy 2 gespielt hat, aber vielleicht könnt ihr euch auch dran erinnern. Bloß da konnte man selber steuern, wo diese Lichtplattformen hingingen. Also diese... Diese Umrandung. Die wurden bloß... Da hat Yoshi so eine Frucht gegessen und die wurden halt mit einem Zeitlimit immer... Kleiner! Aha! Ganz vorsichtig, Mario. Sei wie eine Seiltänzerin. Ganz elegant. Ich seh... Ich hab Angst. Ich hab Angst. Aber bergauf ist gar nicht mal so schlimm. Die gehen davon aus, dass man es hier mit Wandsprüngen macht, aber... Ähm... Mit diesen Rückwärts-Saltos ist es deutlich einfacher. Wir haben es geschafft. Zum Glück. Ich glaub, hiermit haben wir den Secret-Star bekommen, weil das war, meine ich, nicht die richtige Mission. Das heißt, dann nudeln wir heute mal die Phantom-Gal... Ne, erst machen wir den hier. Den Kometen. Und dann nudeln wir weiter die Phantom-Galaxie durch. Tempo-Komet! Yeah! Tempo-Modus. Himmel-Korridor. Von dem haben wir ja schon... Da hab ich ja schon letztes oder vorletztes Mal was erzählt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaub, letztes Mal. Ist halt alles ein bisschen schneller. Ist halt alles ein bisschen... By the way. Der gute Dario, den ihr mittlerweile eigentlich auch kennen dürftet, der hier öfter mal Kommentare schreibt, der hat mir auch einen coolen Fact zu diesen Platten hier geschrieben. Und zwar... Boah, was ist denn mit mir los? Und zwar gehen die erst wirklich weg. Also man kann theoretisch noch da draufstehen, wenn man... Wenn das... Wenn die Plattform kleiner geworden ist, weil die Hitbox anscheinend gleich bleibt. Wie weit geht der? So. Ich muss mir einen Überblick verschaffen. So, wenn ich hier drauf bleibe, ist es ja kein Problem. Da werde ich ja einfach hin und her... ...ge... ...gemacht. Hilfe! Nur die Ruhe bewahren bei solchen Leveln. Noch einmal, natürlich noch einmal. Geht auch. In welche Richtung muss ich überhaupt? In die, glaube ich. Easy. So, dann haben wir das. Das Schöne ist, ich sehe an den hohen Steinen immer, wo der quasi hinkommt. Ja, perfekt. Dann müssen wir auf dem hier stehen bleiben. So, dann machen wir das hier. Dann können wir hier stehen bleiben. Und gehen hier hin. So, bei dem ist es der hier. Ja. Und da haben wir den Stern auch. So schwer war es ja gar nicht. Da haben wir uns in der ersten Galaxie deutlich mehr angestellt. Und nehm. Perfekt. Damit haben wir auch den Kometen abgeschlossen. Und jetzt widmen wir uns der Mission, die wir eigentlich am Anfang des Parts schon machen wollten. Jetzt machen wir den Wettlauf. Aber wirklich. Und wir machen nicht schon wieder diesen glänzenden Stein. Ne, da habe ich diesmal keine Lust drauf. Da, 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 da. Party, yeah, Party, woo. Und weiter. Und jetzt machen wir, glaube ich, einen Wettlauf gegen diesen Woohoo. Mal gucken, wie gut wir da sind. Bruhudi. Bruhudi. Ja, ich will dich besiegen. Bruhudi. Bruhudi. Ja, ich will dich besiegen. Das ist eine ziemlich speedgeladene Folge fällt mir gerade auf. Oh, was ist das denn jetzt für ein scheiß Kameraswitch hier? Ja. Also machen wir jetzt Ja, 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 ja. Gewonnen. Close. Das war zum Ende doch noch mal recht close. Aber ich habe ja auch Zeit gelassen. Perfekt. Da kriegen wir jetzt diesen Stern. Ja, das ging doch voll klar. Und geschafft. Ich würde sagen, man sieht sich das nächste Mal bei Super Mario Galaxy. Ich nehme die Folge sofort im Anschluss auf. Also, freut euch darauf, mich jetzt noch so ein bisschen weiterleiden zu sehen. Obwohl, so schwer war es gar nicht. Ich habe mich bloß heute etwas dumm angestellt teilweise. Dennoch verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal.